Was für seltene Skins sind denn drauf, die so selten sind wie der Renegade-Railant? Ich geb dir einen Tipp, ich geb dir einen Tipp. Es hat Skins, die sind seltener als Skull Trooper. Und Skull Trooper ist selber auch noch drauf. Warte, warte. Seltener als Skull Trooper, der normale oder der OG Skull Trooper? Genau, der OG Skull Trooper. Das bedeutet für 2€ krieg ich einen Account, wo seltenere Skins als der OG Skull Trooper drauf sind? Ja. Und den OG Skull Trooper auch noch oben drauf, weil der ist ja auch noch, oder wie? Ja. Und das meinst du ernst? Ich fang das komplett ernst. Ich glaub das nicht, Digga. Das ist zu krank. Es ist zu krank, Digga. Du hast patriolischer Hangleiter und du gibst dir den Account für 2€. 2€. Du gibst dir den Account mit jedem seltenen Skin, den es gefühlt gibt. Für 2€ und ich darf machen damit, was ich will? Du darfst machen, was du willst. Du kannst Namen ändern, du kannst Passport, E-Mail, alles ändern, was du willst. Darf ich diesen Account an meine Community verlosen? Wenn ich sogar will? Aber etwas will ich noch. Was möchtest du? Ich mach alles, was du willst. Ich will diesen Account an meine Community verlosen. Ich werde diesen Account, wenn dieses Video 25.000 Likes kriegt, an meine Community verlosen. Like das Video innerhalb der nächsten 3,4 Sekunden. Ansonsten wird diese große eklige Spinne morgen früh auf deiner Toilette sein und schau das Video bis zum Ende hin, wenn du auch Spinnen nicht magst. Ganz kurz bevor das Video los geht, habe ich eine kleine Challenge für dich. Und zwar wenn du es schaffst, diesen Kanal hier, wenn du neu bist, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden hast du für den Rest deines Lebens mega viel Glück in Fortnite. Deswegen mache jetzt mit und probiere dein Glück. Du hast jetzt noch 5 Sekunden Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und zwar 5, 4, 3, 2, 1. Wenn du es gemacht haben solltest, wie hier im Hintergrund, dann wirst du für den Rest deines Lebens Glück haben. Ansonsten schau das Video einfach bis zum Ende, achte auf die 3 versteckten Zahlen und schreib mir diese auf den eingeblendeten Instagram Account bzw. auf deinen Instagram Account in meiner Beschreibung. Und mit etwas Glück kannst du mal was aus dem Shop geschenkt bekommen. Und wenn du ansonsten mal mit dir spielen möchtest, schreib einfach so oft du kannst deinen Epic Games Namen in die Kommentare, wirklich so oft du kannst. Und ich werde mir immer wieder einen Tag ein, zwei Leute raussuchen mit denen spielen. Vielleicht bist du die Person, die am öftesten kommentiert und ich werde dich raussuchen. Jetzt viel Spaß mit dem Video und bevor das Video los geht, möchte ich mich mit großer Freude bei euch bedanken. Und zwar habe ich ein 200 Euro Gewinnspiel aus eigener Tasche jetzt für euch. Ich erkläre euch gleich, wie ihr da mitmachen könnt. Aber vorab, wenn ihr da mitmachen wollt, dann hört einfach zu. Denn es ist für die Leute, die wirklich jeden Tag meine Videos schauen, immer mich supporten, immer ein Like da lassen, einen netten Kommentar da lassen, die Glocke aktiviert haben auf alle. Wirklich an diese Leute, die das Ganze gemacht haben, ich danke euch so vom Herzen. Ich kann natürlich nicht jeden einzelnen von euch schreiben, aber ich danke euch und ich habe mir heute einfach ein 200 Euro aus eigener Tasche genommen und habe mir überlegt, möglichst vielen Leuten was Gutes für euch zu tun und wirklich vielen, vielen Leuten was davon zu geben. Das bedeutet nicht eine oder zwei Personen die 200 Euro zu geben, sondern wirklich 20 verschiedene Personen. Das bedeutet, du kannst einer von 20 Personen sein, die was gewinnt und das Ganze ist relativ einfach. Und damit möchte ich einfach nur der Community was zurückgeben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alles. Durch euch ist es momentan mir möglich, mein Traum zu leben. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach mein supporter-Creator-Code youtube-abwies einzutragen im Item Shop und mir davon auf den eingeblendeten Instagram Account, der hier irgendwo eingeblendet ist die ganze Zeit, mir einfach davon ein Bild privat zu schicken oder in seine Story zu machen, um mich darauf zu markieren. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach nur meinen supporter-Creator-Code reinnehmen und mir einfach auf Instagram davon Beweis machen, dass ihr das gemacht habt. Und ihr könnt einer der 20 Personen sein, die jeweils 10 Euro, sprich 1000 V-Bucks bekommt. Und ja, es würde mich mega freuen, wenn ihr da mitmacht. Einfach den Creator-Code youtube-abwies. Ich danke wirklich jeden einzelnen von euch. Einfach das machen, Leute. Vertraut mir, falls ihr mir immer schon überlegt habt, soll ich den reinpacken oder nicht. Ihr dürft den reinpacken, worauf ihr Bock habt, wirklich. Aber wenn ihr meinen reinpackt und mir davon ein Bild schickt, möchte ich euch einfach was zurückgeben. Deswegen macht gerne mit, es würde mich mega freuen. Und ja, Leute, jetzt viel Spaß mit dem Video. Und dann später geantwortet, HayaWi, ich bin schon ein lange Fan von dir, schaue jeden Tag deine Videos. Da ich kein Vorteil mehr spielen darf, wollte ich dir ein Geschenk machen und dir einen meiner zwei OG-Accounts für 2 Euro verkaufen. Für 2 Euro. Der Account hat einen Wert von circa 2500 Euro und hat den seltensten Skin. Du wirst es nicht glauben, welcher. Da hat er geschrieben, hallo, weil ich ihn nicht so schnell geantwortet habe. Er wird viel geschrieben auf Discord, ich versuche wirklich, ihn zu antworten. Bitte hab den seltensten Skin seltener als Renegade Raider. Du lässt dir den besten Deal entgehen. Da habe ich ihn 7 Minuten später geantwortet für 2 Euro und er hat geschrieben, oh mein Gott, ja, mit seltenster Skin. Wenn du willst, ruf an. Ich habe geschrieben, gib mir 5 Minuten, sind jetzt 6 Minuten geworden. Und ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt gemeinsam an, Leute. Und ich würde einfach sagen, Leute, wenn wir wirklich heute einen seltenen Account bekommen, werde ich diesen an die Community bei 20.000 Likes verlosen innerhalb der ersten 24 Stunden. Deswegen lasst alle ein Like da. Und wenn ihr den Account gewinnen wollt, müsst ihr ansonsten nur noch meinen Kanal abonniert haben und die Glocke aktiviert haben. Das war es auch schon. Das Wichtigste ist, dass ihr dann noch in die Kommentare einen netten Kommentar schreibt, plus euren Epic-Namen und das Ganze war es dann auch schon. Desto öfter ihr kommentiert, desto höher sind eure Chancen. Und ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt mal an und schauen, ob es ein Troll ist oder nicht. Oh mein Gott. Hallo? Was geht ab? Oh mein Gott, Abis! Digga, was geht? Alles klar bei dir? Ja, bei dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 Ich bin der größte Fan von dir. Kuss, Digga. Ehre, Mann. Und du bist dir sicher, dass du mich nicht grad trollst? Also ich kann ja verstehen, ne? Viele Leute, ich kriege viele solche Nachrichten, ich gebe dir meinen Account und so, lass uns reden. Aber kannst du mir vielleicht irgendwie die Übertragung mal ganz kurz anmachen und mir zeigen, was so auf den Account drauf ist, damit ich... Ne, Bruder. Du musst selber schauen. Du musst dir selber gönnen. Du musst selber schauen. Verrat mal, was für seltene Skins sind denn drauf, die so selten sind wie der Renegade werden. Ich gebe dir einen Tipp, ich gebe dir einen Tipp. Es hat Skins, die sind seltener als Skull Trooper. Und Skull Trooper ist selber auch noch drauf. Warte, warte, seltener als Skull Trooper, der normale oder der OG Skull Trooper? Ne, ne. Der OG Skull Trooper. Das bedeutet für 2 Euro kriege ich einen Account, wo seltenere Skins als der OG Skull Trooper drauf sind. Ja. Und den OG Skull Trooper auch noch oben drauf, weil der ist ja auch noch, oder wie? Ja. Ja. Und das meinst du ernst? Ich meine das komplett ernst. Ich glaube, ich gehe aus dem Anruf. Ich schwöre, dass es echt ist? Ich schwöre, mein Gott. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Was? Du schwörst auf alles? Ich schwöre auf alles. Alles echt. 2 Euro. Oh mein Gott. 2 Euro. Okay, Digga. Weißt du was? Ich sage es mal so, okay? Ich dachte gerade am Anfang, ich glaube es immer noch ein bisschen, dass das Ganze ein ganzer Troll ist. Okay? Ich sage dir ehrlich, ich glaube es ist ein Troll. Du schreibst schon. Schreibst du mir gerade die Account-Daten, weil ich das gesagt habe? Oh mein Gott. Ey, wenn du mir jetzt wirklich die Account-Daten schickst, ne? Ja. Wenn du mir jetzt wirklich die Account-Daten schickst, dann muss ich erstmal, ich muss dir echt zugeben, ich werde das Ganze jetzt ganz kurz hier zensieren, weil ich nehme gerade ein Video auf. Ist das in Ordnung, dass man deinen Discord-Namen sieht und deine Stimme? Okay. Gerne, gerne. Kannst du machen. Ganz kurz an die Leute, die das Video sehen, ne? Ich werde ganz kurz, ihr seht jetzt ganz kurz eine verschwommene Sicht. Das ist in 30 Sekunden weg. Ich werde mich jetzt einloggen. Er hat mir gerade seine Account-Daten geschrieben. Und dann geht das Ganze auch schon weiter. Ich möchte, dass du jetzt nochmal, du kannst die Account-Daten jetzt schon rausnehmen. Dann löscht ich schon mal wieder weg. So, ich meld mich. Hast du schon gespeichert? Ja, ich bin, Sicherheitscode müsstest du mir dann gleich noch geben. Sicherheitscode? Genau, ich brauche noch einen Sicherheitscode. Einen Moment. Ich muss ganz kurz auf mein E-Mail schauen. Aber ist das wirklich dein Account? Wirklich? Kannst du nehmen. Und da sind seltene Skins als der OG Skull Trooper drauf. Seltener Skins. Oh mein Gott, das kann ich nicht glauben, Digga. Das ist schon... Meiner Meinung nach ist das schon zu krass. Wirklich. Also, ich bin dir ehrlich, das ist für... Wie viel bist du sicher, dass du mir den Account für 2 Euro geben willst? Ich hab genug Accounts. Ich hab genug OG Accounts. Ich hab schon gelesen, du hast ja mehr Accounts. Ich gönn dir. Ich gönn dir. Okay, bist du schon auf deine E-Mail drauf? Äh, nein noch nicht. Ich muss ganz kurz schauen. Einen Moment. Okay, alles klar. Okay. Ich guck mir ganz kurz nach was zu trinken. Wir sehen uns dann gleich wieder, okay? Ja, okay. Okay, gut. Dann bist du in 5 Minuten. Ja, ich stimme. Dann bist gleich. Zwei Stunden später. So, lass dich auf jeden Fall die Stirn von den Hintergrundgeräuschen. So, ich bin wieder da. Hat jetzt ein paar Minuten länger und dauert. Ich hoffe, kein Problem. Ist das der Code, den du mir gerade zugeschickt hast? Ja, sollte sein, eigentlich. Ich probier's mal aus. Bitte, bitte. Wenn du jetzt trollst, Digga. Ich bin drin. Nein, ich bin drin in den Account. Und... Ey, bist du... Was sind da für Skins drauf? Was sind da für Skins drauf? Bitte... Ja, normal. Ich gönn dir. Ey, wenn dir jetzt gleich gar kein Skins drauf ist, dann bin ich echt sauer, Digga. Weil du hast geschworen. Nee, nee. Ich hab geschworen. Das ist alles echt. Ich gönn dir. Ey, Digga. Das ist zu krass. Ich muss gucken, ob das noch... Oh mein Gott. Es nimmt sogar alles auf. Ich bin so hyped. Oh mein Gott. Ey, warte mal. Ich werd jetzt... Und du sagst, der Account ist mehrwert als 2.000 Euro. Locker. Mindestens. Mindestens 2.500. Und du gibst die mir für 2 Euro? Ich geb die für 2 Euro. Oh mein Gott. So, ich muss mal ganz kurz gucken. So. Okay. Okay, okay. Ich bin jetzt hier in Fortnite drin. Es lädt gerade. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Du hast... Du willst damit nur 2 Euro haben. Ja. Ey, wenn da jetzt... Ich kann das eh nicht glauben. Ich glaub dir nicht, Digga. Ich glaub dir nicht. So, Fortnite lädt gerade. Ich glaub ihn nicht. Leute, lasst mal jetzt auf jeden Fall einen Kommentar da. Und stoppt das Video. Glaubt dir, dass ich jetzt was selten... Obwohl, geht hier oben. Auch wenn hier ne Infokarte ist. Und guckt mal. Schreibt mal ja oder nein. Also tippt auf ja oder nein. Wenn ihr glaubt, dass hier was seltenes drauf ist oder nicht. Weil... Ich kann das nicht glauben, Leute. Ich weiß nicht. Ich kann das einfach nicht glauben, Digga. Wenn du sagst, 2.000 Euro gibst... Du hast ja anscheinend full E-Mail-Access. Du hast ja die E-Mail. Ja. Ich kann dir alles geben. Das ist so krass. Und du willst 2 Euro dafür? Ich will nur 2 Euro. Der Ladebildschirm geht gefühlt ne halbe Stunde. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Ladebildschirm vorbei ist, würde ich sagen. Und ja, bis gleich, Leute. 5 Hours later. So, der Ladebildschirm ist jetzt vorbei. Mal gucken auf jeden Fall. Der Patch-Vorgang läuft. Okay, das ist ja auch das erste Mal, dass ich mich auf diesen Accounts anmelde. Deswegen glaubt das ist alles ein bisschen länger. Das ist, wenn ihr euch zum Beispiel einen neuen Account erstellt. Aber ey, Digga, wenn ihr jetzt rein trollst, Digga. Ey, ich sag nicht, dass ich böse wäre oder so. Aber ich wäre ein bisschen enttäuscht. Ich bin so hyped jetzt gerade. Du sagst, der OG Skulltooper ist drauf. Und noch seltenere Skins. Ja. Und der OG Skulltooper selber. Warte, wir gehen jetzt in 3, 2, 1 in Battle Royale rein. Ich bin so ein bisschen hyped. Ich bin nicht ein bisschen hyped, ich bin sehr, sehr hyped. Ich bin ehrlich. Nein! 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 Ist das dein Ernst? Warte, ich mach die Übertragung an. Dann kannst du auch circa nachvollziehen, wo ich die ganze Zeit bin. Ja. Okay. So, ich mach ganz kurz die Übertragung an. So, zack. Ja. So, ein Momentchen. Ihr seht jetzt auch gleich wieder was. So, ein Moment. Leute, ihr seht alles jetzt. So. Seht ihr das? Item Shop? Ehrenbruder! Er hat meinen Creator Code eingetragen. Kuss, Digga. Ich glaub, wenn man meinen Creator Code einträgt, hat man einfach OG Skins. Wenn ihr jetzt meinen Creator Code nicht einträgt, dann habt ihr für immer Pech in Fortnite, Jungs. Ihr wisst Bescheid, aber ich glaub's nicht, Digga. Und du schwörst, wenn ich will, krieg ich den für zwei... Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Für zwei Euro bekommst du ihn. Die ist... Was? Ey, ich kann's nicht glauben, Digga. Ich trau mich gar nicht auf die Skins zu drücken. Ich bin ehrlich. Warte, ich muss mir... Warte, warte. Wir gucken uns erst mal. Wir gucken uns erst mal. Ich muss erst mal gucken, ob das Item hier drauf ist. Ich muss erst mal gucken, ob's hier drauf ist. Ich weiß genau, was du meinst. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Oh mein Gott, du siehst ja auch grad, was ich mache, oder? Ja, ja. Oh mein Gott, ich find's vielleicht grad nicht. Wenn du das meinst... Nein! Ich weiß... Jawoll! Jawoll! Es ist ein OG-Account-Fust! Ahaha! Ey, Digga. Waffentarnung. Er hat... Oh, Bruder! Du hast gerade so einen Shop leer gekauft, oder was? Waffentarnung. Ey, lecker. Auf Ehre. Digga, Ehre. Ich... Ey, wisst ihr was? Wir fangen direkt mit dem Hängenbleib. Nein! Nein, Digga! Nein, Digga! Nicht dein Ernst... Was? Ey, nicht dein Ernst, Digga! Das ist der seltenste Hänggleiter, Leute, falls ihr das nicht kennt. Der war vielleicht im Season Shop für ein paar Tage. Da musste man ein bestimmtes Level erreichen. Ah, Mann. Ist die Sense eigentlich OG? Äh, ich glaub nicht mehr, seit, äh, sie neu rausgekommen ist. Ah, okay. Aber trotzdem kranke Hacke. Das war ein Lieblingshacke. Oh mein Gott. Ich guck mir jetzt die Hacken an. Ich guck mir jetzt die Hacken an. Okay, okay, okay. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich glaub, die Aerial-Spitzhack... Äh, ich mein, die Renegade-Spitzhack hast du nicht, oder? Nee, nee. Wir haben schon auf einem anderen Account, aber... Noch ein OG? Oh mein Gott, Digga! Aber das ist schon mehr als genug. Warte, wir nehmen hier mal eine Spitzhack, die ich auch sehr gern mag. Okay, wisst ihr was? Wir können jetzt gucken, bei den Emotes oder bei den Backblings. Das ist eigentlich ziemlich egal. Denn, Leute, für die, die gerade zuschauen... Erstmal, ich würd' sagen, wir gucken uns die Backblings an. Einfach mal... Äh, einfach... Nein, Digga! Du hast Schwarzen Ritter auf dem Account. Oh Mann! Ich bin größter OG! Digga, und zwei Euro, du hast... Zwei Euro? Warte! Zwei Euro! Nein, du hast auch das Portal. Hier, für die Leute, die irgendwas sagen, von wegen Skinchanger oder sonst was. Hier, das ist das Portal. Das kann man nicht skinchagen. So. Leute, Emotes. Warte, wenn ich mich nicht irre, ne? Erstmal Standard-Emote auf irgendeinem Couscous-Cous-Basis. Welch... Nein, er hat Floss dabei. Ey, du hast alles auf dem Account. Was ist das? Ey, wisst ihr was? Wir gehen jetzt auf Skins, Leute. Er gibt mir diesen Account für 2 Euro. Er sagt, hier sind seltenere Skins drauf als dieser hier. Ich würd' sagen, wir gehen auf Skins in 3, 2, 1... Nicht dein Ernst, Digga. Nicht dein Ernst, Digga! Renegade! Gull Trooper! Ja, Mann. Ey, das meinst du, save nicht ernst, Digga. Dann schwollst du rein. Doch, ich wär ernst. Ich schwör auf alles, sonst hätt ich dir die Daten nicht geschickt. Nein, Digga. Du hast... Du hast Renegade Raider. Du hast Gull Trooper. Du hast den Shadle Trooper in OG. Du hast save den auch noch OG gekauft. Ja, Mann. Du hast Schwarze Ritter. Auch. Ey, ich glaub das nicht, Digga. Das ist zu krank. Es ist zu krank, Digga. Du hast patriolische Hanggleiter und du gibst dir den Account für 2 Euro. 2 Euro. Du gibst dir den Account mit jedem seltenen Skin, den es gefühlt gibt. Für 2 Euro. Und ich darf machen damit, was ich will? Du darfst machen, was du willst. Du kannst Namen ändern. Du kannst Passport, E-Mail, alles ändern. Was du willst. Darf ich diesen Account an meine Community verlosen? Wenn ich sogar will? Aber etwas will ich noch. Was möchtest du? Ich mach alles, was du willst. Ich will diesen Account an meine Community verlosen. Ich will diesen Account, wenn dieses Video 25.000 Likes kriegt, an meine Community verlosen. Ich will meine 2 Euro haben. Du willst deine 2 Euro? Ich will meine 2 Euro haben. Weißt du was? Weißt du was? Auf diesen Account sind so viele OG Skins für meine Community. Ich brauch diesen Account zwar nicht, aber für meine Community einen 2.000 Euro Account. Leute, 25.000 Likes und dieser Account gehört euch innerhalb der ersten 24 Stunden mindestens 20.000. Kommentiert so oft, ihr könnt euren Epic-Namen, abonniert den Kanal, tragt den Support der Creator Code ein. Das ist das krankeste Gewinnspiel, was es gibt. Und ganz wichtig, wenn ihr diesen Account haben wollt, folgt mir auf Instagram hier. Für die Leute, die bis zum Ende geschaut haben, für die ist dieser Account noch gedacht. Hier ist mein Insta-Namen mit meinem Kopf vom Skull Trooper. Das ist das krankeste Video, wirklich. Du bist ein kranker Fan, Bruder. Du bist wirklich ein kranker Fan von mir. Ich danke dir für alles. Ehrlich, du trägst meinen Creator Code ein. Gerne, gerne. Ich werde dir jetzt die 2 Euro überweisen, okay? Ja, gerne. Ich danke dir für alles. Es ist krank. Ich sag dir echt, es ist krank. Danke für alles, Bruder. Kein Problem, mach ich gerne. An alle Leute, wie gesagt, abonnieren, Glock aktivieren, liken, mir auf Instagram folgen. Der Instagram sollte immer noch hier sein. Und wie gesagt, ich hab von ihm hier auch nochmal den YouTube-Kanal unten in die Videobeschreibung reingepackt, weil er hat mir auch geschrieben, er macht YouTube. Und ja, Leute, ich möchte mich dafür einfach bedanken. Vielen Dank, Alter. Geil, schau einfach, Digga. Ich küsse dein Herz, Digga. Vielen Dank, Digga. No Job, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Mann. Okay, Leute, haut da rein. Bitte teilt das Video mit euren Freunden. Ich soll wirklich so viele Leute sehen, wie es geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Euer Wies. Und ciao. Aber ehrlich, du hast jetzt bis zum Ende hierhin geschaut. Ich möchte dich bei dir bedanken. Aber bitte lass mal ein Abo da und aktivier die Glocke. Und vergiss nicht, sie auf alle zu machen, wenn du am Handy bist. Das wäre super ehrenhaft von dir. Du verpasst kein Video mehr. Ich dachte, du fühlst dich durch dieses Video vielleicht unterhalten. Wenn du es bis hierhin geschaut hast, danke ich dir. Und ja, lass gerne ein Abo da.